Hallo, mein Name ist Niki Würzner. Ich bin Point Guard, komme aus Heidelberg. Letzte Saison habe ich auch hier in Heidelberg gespielt, hauptsächlich in der Zweifelmannschaft für die Regionalliga. Mein Idol ist Allen Iverson, auf jeden Fall. Er hat mich auch damals schon in der Lunde geprägt. Seine Spielart, wie er das Spiel gemacht hat, seinen Crossover, alles. Die kurze Frisur hat natürlich unser Kapitän Niko, muss ich natürlich sagen. Auch wenn es nicht immer ganz stylisch ist.